Ring 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 Banana Phone Na was Leute, ja, ne, nicht rein labern Neue Part MW2 Ein Büchchen Privatmatch, Sniper, klasse angucken Los gehts, Scrapyard Frei für alle Sentex haftet an ihren Feinden Blättern sie in der Spielübersicht nach links und rechts und da jetzt die Information zu erhalten Normalerweise sag ich ja immer davor Intel Core i7 Prozessor sagt Scrapyard Frei für alle Infinity Ward Ladebalken Rote komische Zahl mit 30 Zwei Scheiße Und 818 Ich weiß nicht warum, aber während dem Ladebildschirm zeigt das konstant 30 an Ohne irgendwelche Abweichungen, obwohl das äh Ja, ich versteh das nicht Der Ladebildschirm ist irgendwie so ganz, ganz komisch Ja Ich bin fertig Ich nicht Ich hab Aufnahmen an, man lass mich in Ruhe Warten auf Verbindung 18 19 Pass auf, gleich bist du rausgeschmissen cannot Badum Nach ... Da darfst du noch mal rein, tschau hin Badum Low Ja, Herausforderung 6 Warten auf andere Spieler GPR Webinar Beat SCP Naein oh endlich Epileptischer Anfall Oh, Spiel beginnt Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich hab das jetzt schon ne Weile nicht mehr gezockt Ja, jetzt nimmt es mit 60 auf oder was? Wie immer, ich kann nicht snipen Genauso wie ein MW-3 Das ist eine das ist wahrscheinlich so eine Zen-Weisheit, wie das richtige Snipen funktioniert hier in Modern Warfare das kann nicht jeder vor allen Dingen nicht ich und du siehst mich schon wieder die ganze Zeit ich weiß ja doch nein ich glaub nicht glaubst ich glaub ein bisschen Nahkampfmessern ist auch erlaubt ne oh scheiße ich hör dich irgendwo hier rumlaufen das ist die Umgebung das bin ich nicht das ist einfach nur so letztes Match gegen den anderen, ich glaub das weißt du gar nicht ne doch, das hab ich heute hochgeladen glaub ich Marco Wattenappe da hab ich um einen Punkt verloren weil er am Ende gemeint hat, er muss so richtig fett rumcampen Tja, zum Glück mach ich das ja nicht ne 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 du würdest dich das nicht mal trauen ey, ich hab dich doch genau gesehen ja nein Mensch wo bin ich wo bin ich ich seh dich da hocken denkst du ey wat geht du hast mich natürlich mal wieder richtig gut gesehen hab ich dich gesehen oder wat ja nee ich meine beim campen ach ja Ich bin vorbeigelaufen und hab dich im Augenwinkel gesehen. Ey! Ey. Wo bist du, Alter? Ich bin weg. BAM! Hast du überhaupt einen Aufsatz drauf? Nein, hast du ja nicht. Nein, hab ich nicht. Sonst hätte ich jetzt keine Muni gekriegt. Ich wollte mich nämlich schon wundern, warum ich das Muni-Aufnimm-Geräusch nicht gehört hab. Du, Alter, du, 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 du hast Wallhack. Du hast Wallhack. Ich... BAM! Du kannst mich niemals so schnell sehen. Das ist, das ist nicht möglich. Doch, ich hab in der letzten Zeit viel MW3 gezuckt. Das glaub ich dir. Ich nicht. Ich zock in letzter Zeit überhaupt kein MW2 mehr und MW3 hab ich nicht. Ich, ich zock zur Zeit fast kein MW2 mehr, aber dafür voll viel MW3. Free for all. Zur Zeit kann man... Ja, aber Free for all. Ich zock ja MW3 auf der Wii und Free for all, das ist dort so scheiße. Dort sind nur Camper. Fuck. Auf M... Auf PC kann man nur noch Free for all zocken. Und selbst vorhin... Und der fangst du nicht mehr? Ne. Das sind viel zu viele Hacker. Allein schon vorhin in Free for all waren zwei Hacker in einer Lobby. Das hab ich sogar aufgenommen. Da war einmal einer, der hatte unendlich Leben. Da konntest du tausend Magazine draufrotzen. Er ist einfach weiter rumgerannt. Und das Geile ist, der hatte kein Aiming. Bei dem konntest du dein ganzes Magazin, konntest du zwei, drei Magazine draufrotzen. Der hat dich nur zwei, drei Mal getroffen. Warum bin ich grad so schlecht? Weiß ich nicht. Und dann war noch einer, der hatte Warlag. Der hat so offensichtlich gespielt. Ich hör dich da drinnen irgendwo. Oh, verdammt. Ja, du mit deinem überdimensionalen Mega-Headset. Wettert ich was? Hörst du das natürlich? Ja, ich kauf mir bald ein neues Mauspad. Das kann ich ja mal kurz ansprechen, damit das nicht ganz so langweilig hier wird. Ich kauf mir ein neues Mauspad und ein Razer-Mauspad. Und ich werde dazu wahrscheinlich noch ein genaueres Video machen. Wenn ich Lust hab, wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja, ne? Ja, Tobi. Ja? Ja, warum er mich Tobi nennt, dann guckt euch einfach mal das vorgestellte Video an auf meinem Kanal. Das ist, wenn er auf meinen Kanal kommt, das ist das angesagte Video, nennt sich das. Ja, sprich das mal an, Yannick. Yannick, was? Hm? Versteh ich nicht. WTF? Da flog ein Messer. Na, f*** dich, Mann. Ich mag dich nicht. Und das wird bald noch viel besser. Versuch mal auf der Wii irgendein Ballerspiel zu spielen, du schaffst das nicht. Das ist richtig extrem. Du schaffst das nicht. Naja, okay, ich bin jetzt ein bisschen besser. Eine 200 plus KDM. Ja, genau. Ja, hab ich wirklich. Was? Echt? Ja, ich halte das so. Auf der Wii? Auf der Wii. Auf der Wii. Ja, okay, das können auch voll wenige spielen drauf. Ja, komm. Wii ist auch so eine Sache für sich, ne? Vor allem online. Und die Grafik, hast du die Grafik? Ja. Weißt du, PC ist so Grafik immer top, weiß ich was. Ja, PC ist Grafik immer am höchsten. Das ist grundsätzlich, wie er hier am rumleggen ist, Leute. Guckt's euch an. Boah! No scope hitmarker, durchs Metall. Hast du wieder minimal eingestellt? Ja, aber das war durchs Metall. Und das war no scope hitmarker. Das war getroffen. Ja, das Mauspad ist geil. Ha, jetzt hab ich dich unterbrochen. Nein, nein, hast du nicht. Das hört sich nur so an. Okay. Ey, das war getroffen. Ja, komm, leck mich, du Affe. Oh, fick dich. Ich will dein Messer haben. Wo hast du dein Messer hingeworfen, ne? Ja, Thema Mauspad. Mauspad kann man drehen. Heißt, es hat einmal eine glatte Oberfläche für schnelle Bewegungen und einmal eine raue Oberfläche für langsame Bewegungen. Und je nachdem, wie ich gerade drauf bin, wie ich gerade snipen will, brauche ich nicht die ganze Zeit die Maus umstellen und dann irgendwie in den Optionen rumstellen, dass ich wieder gut snipen kann. Wow, der war nice. Der war ein Bot. Mhm. Kann ich dann einfach mal kurz an den Mauspad rumdrehen, dann kann ich entweder langsam aim, scopen oder dann halt dementsprechend schnell. Okay, bei mir lag das auch irgendwie gerade so. Du hast auch nicht wirklich eine gute Internetverbindung, oder? Ja, das liegt nicht an der Internetverbindung, das liegt dann einfach an meinem... Laptop. Laptop, ja. Ja, du hast ja auch so ein 0815-Scheiß-Teil da. Ja, so ein Baum-Laptop. Baum-Laptop? Ja, ja. Es gibt Baum-Internet, warum auch nicht Baum-Laptop? Nein, es gibt Bambus-Internet. Na und? Das hat zum Beispiel... Das ist fast das Gleiche. Fast. Fast. Nur Bambus ist ein bisschen exotischer. Ah, guck mal da. Warte mal, ich seh dich nicht. Wow! Ich hab an eine ganz falsche Stelle gezielt. Weißt du, ich hab extra so auf Kopfhöhe geschossen. Alter, 10-0. Komm. Dann bist du nah an die Mauer hin. Ich warte, ich will dich mal gewinnen lassen. Okay, das ist... Wow! Das ist dein! Mann. Aua! Mann, ich wollte no scope. Darf schon nicht. Ach, okay. Glaube ich nicht. Achso. Kann ich verstehen. Ah, das... Du hast... Kürpetschen. Nein, das war eine Handgranate. Nee, ich hab... Rauchgranate. Ich hab die... Abschlussserien hab ich alle raus... Wie du auf einmal direkt vor deinem Gesicht warst. Da bin ich jetzt gerade immer mal echt zusammengezuckt, ey. Das ist immer... Das ist immer tassig. Ja. Zock SCP, da zog schon noch mehr zusammen. Ich hab das heute wieder gezeugt. Ja, ich hab mir heute mal den neuesten Slender-Patch-Runde geladen. Ja, ich find den nicht so. Mit dem ganzen Rauch da. Ja. Ich find, das ist... Das macht die Atmosphäre noch viel geiler. Oh, ich hab dich gesehen. Oh, verdammt. Ah, nee. Der ist ja nicht mehr. Hast du das Messer überhaupt gehört? Nein. Oh, scheiße. Dann bist du da überhaupt nicht mehr in der Gegend. Ich lauf mit Speedhack durch die ganze Map. Ach so, okay. Anscheinend bringt dir der Speedhack ja sehr, sehr viel. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß. Na, ich weiß. Oh, 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 oh. Nein, geh weg. Oh, 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 oh. Oh, ups. Nein. Nein, 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 Mann. Nein! Hast du mich schon wieder gesehen, oder was? Boah, mein Gott. Kurzer Prozess. Hast du die ganze Zeit wieder im Scope drin? Nein. Nein. Das war ein No-Scope. Okay. Du bist hinter mir! Oh, scheiße. Ich hab dich gerade noch so gehört. Ja, jetzt räum ich auf. Okay. Räum du auf. Das wird ich langsam wieder unkonzentriert. Wir haben auch 21 Uhr mitten in der Nacht. Ich darf das. Na gut. Das war auch schlecht von meiner Seite her. Ja, ja, ja. Wow! Ja, verdammt. Voll die Hüfte weggeschossen. Boom, hey, ja. Nee. Boom. Hüftenschuss. Hüftschot. Hüftschot. Voll ins Knie. Wie heißt Hüfte in Englisch? Ähm. Hüft. Nee, ich glaub... Irgendwas mit L, glaub ich. Nee. Ich glaub irgendwas mit T. Na, verdammt. Danke für das Murphmesser, ne? Danke für das Murphmesser, ne? Ja. Nee, ich bleib da. Oh, verdammt. Ich muss das noch gewinnen. Vier Abschüsse, das geht. Mann. So, jetzt räum mal wieder auf, hier. Ey, wir verlieren diesen Kampf. Achso, okay. Schade. Was hat der zu dir gesagt? Äh, wir sind miserabel heute unterwegs. Ey, komm. Oh Mann. Ich bin voll im Hütchen. Hühnchen? Hütchen. Achso. Ja, nur mit dem Bein. Der Tag läuft wirklich heute wirklich, 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 wirklich schlecht. Oh, sind wir da. Oh, hi. Ey. Ich bin voll Matrix-mäßig ausgewichst. Ausgewichst? Nein. Ausgewichen. Wie geht's? Ich hab dich gesehen. Ich nicht. Volltreffer. Boah. Der wäre nice. Wollen wir uns ein öffentliches Match und mit der Sniper. Bist du des Wahnsinns? Du hast dir eine Rauchgranate hingeworfen. Nein. Nein. Ich hab gedacht, ich kann ein Wurfmesser kurz mal so locker flockig auf den Boden werfen, die damit die Eier aufspießen. Nein. Du bist gemein. Oh fuck, das kann ich überhaupt nicht. Oh. Der wäre aber... Der wäre gut gekommen. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Sehr gerne. Bis ich mein Messer suche, kommst du wieder her und messst es nicht. So ein Scheiß, Niff, Runner. Runner. Ich versuche mal Last Nice. Mach das. Pass auf, am Ende holt du noch auf. 2019. Okay. 21, 20. Warum nur so viel? Weiß ich nicht. Hm. Ah, verdammt. Wolltest du ein 360 machen, oder was? Ja, das war so Pseudo 360. Oh, 180, 180 war das. Hey, guck mal, 360. Du hast nicht gesehen, wie ich mich gerade gedreht habe. Wo bist du? Na. Na, ich versuche. Was war das denn jetzt? Niederlage. Du hast nur bis 20 gemacht. Ah, ich weiß. Ah, ja, ich weiß. Boah, da zieht man nicht mal richtig. Voll die Verbindung, Spax. Okay. Das ging nicht mal richtig. Oh, was hast du noch mal für eine Leitung? Äh, genau weiß ich nicht. Irgendwann mit 70, 78 war es, glaube ich. K. Ja. Ach so, okay. Ja. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Meine Internetverbindung ist noch schlechter. Ich gehe raus. So, das war ein Privatmatch mit dem Affen. Ja. Zack. Mal gleich noch mal ein öffentliches Match vielleicht. Vielleicht. Und das heißt, ja. Wir machen jetzt noch ein öffentliches Match. Weil wir noch nicht mehr gewinnen. Solange halt die Festplatte noch ausreicht. Gut, egal. Ich bedanke für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.